Ok Ok, jetzt kannst du... Ja, begrüß jetzt! Hallo Leute! Hier wieder mal! Irgendwo, ne? Hat der Fail? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht... Und nochmal neu? Nein! Ja gut! Jetzt sag einfach... Also hier wieder mal das bekannte Duo. Wir spielen jetzt Dark Souls, also ich spiele nicht Dark Souls. Ich sitze hier nur neben und tue manchmal dumm rumlabern. Vielleicht soll doch mal die Rubrik erklären, die wir gerade jetzt neu einführen in diesem Spiel. Wie hieß die jetzt nochmal? Brucey Zeigt, Alter! Ja gut, ok, Brucey Zeigt heißt die. Und zwar sind das irgendwelche Spiele, die R3 halt interessieren, aber er sie jetzt nicht wirklich kennt oder so. Oh, ne, guck hier. So Leute, ja? Der Brucey hat ein paar Spiele. Ich hab nicht die Spiele, ja? Habts viele. Der Brucey kommt manchmal hierher, mit seinen Spielen, ja, wie Dark Souls. Was ich nicht hab, ja? Du, das ist nicht. Fick dich, Alter. Und, ähm, dann spiele ich es eben halt genauso wie, wenn ein Kumpel von euch kommt und er bringt ein Spiel mit und, ähm, und ihr spielt es dann, ne? Und der Kumpel erklärt dann so, hey, dies kannst du machen und das kannst du machen. Und dann soll ich ihn halt mit dieser Rubrik einführen. So eben halt, ähm, eine Art Spieleabend mit einem neuen Spiel halt. Ja. Scheiß Nachricht. Scheiß Nachricht. Ähm. Ich bin auch nicht verfügbar. Ach egal, komm, mach einfach. Okay, und ich werde das Ganze jetzt so spielen, weil ich das nicht kenne. Und wir fangen irgendwo mit dem Spiel an, also nicht vom Anfang an, sondern von dem Speicherstand. Ja, genau. Das war dein Speicherstand, ne? Ja, genau. So, okay. Start hast du drücken. Spiel laden. So. Und dann halt der zweite unten. Bruce. Bruce, ja. Scheiß Name, ey. Halt dein Maul. Boah, ey. Guck mal, wie lange das lädt, Alter. Ach, sei doch mal leise, ne? Nimm das überhaupt auf, Alter? Ja, ist nicht drauf. Ja, okay. So. Also, aber du weißt schon, dass das jetzt kein hier, kein, ähm, modernen Wurf oder Battlefield ist, ne? Du kannst ja nicht einfach durchrennen. Ja, ja. Ich muss die Sachen da lesen, die da stehen. Das hab ich's mir nicht verpasst, ey. Ja. Ich würd was anziehen, ne? Alter, ist dein Dings. Was hab ich jetzt gemacht? Du hast, äh, Energie genommen. Ja, gut, oder? Ja, gut. Ja, gut. Wie schlägt man nochmal? L1? Ja, stimmt. Und L1 ist irgendwie blocken. Ja, dann tu mal links drücken. Analog, äh, linken Analog Stick. Also, ich hab ja schon mal Demon's Souls gespielt, ne? Also, kenn ich schon ein bisschen die... Drück mal den linken Analog Stick, bitte. Linken... Ja, nee, Anna, äh, nicht, äh, Steuerkreuz. Tut mir leid. Steuerkreuz. Ja, nochmal. Das ist das rechte, aber. Nein, nein, nein. Das linke musst du drücken. So, und jetzt hast, und jetzt, ja, jetzt hast du ein Schild. Oh Gott. Jetzt kannst du wenigstens blocken und sowas. Machen die da schwul aus, ey. Ja, kannst dir was anziehen, mein Gott. Äh, ist oben links mein Level, ne? Oben, nee, oben links, das ist, äh, deine Menschlichkeit, die du gerade hast. Weil es gibt hier... Boah, ich bin nicht menschlich, Alter. Oh, fuck you. Fuck. Und mit R3, äh, tust du... Ja. Boah. Boah, wie ich die platt mache. Pass auf deine Energie. Was mach ich mit R3? Äh, R3 zu anvisieren. Mit L1. Scheiße, auch R3. L1 blocken und bam. Jetzt so, ja, die sind ja erstmal... machen erstmal einen Schlagen und wie alle. Und dann... Nimm eine... Ja. X, ne? Ja, nee, jetzt töte den noch. Schnell. Scheiße. Fick dich. Und jetzt, ja, an dem Viereck. Es tut's Flakorn. Ah ja, Viereck. Okay, gut. Ja, das war's. Siehst du, ich bin noch nicht tot. Ja. Ja, toll. Das waren die... Das waren die Standard-Gegner, die es hier gibt, ne? Boah, der eine hängt da an mein Bein. Ey, zieh dir mal was an. Okay, komm. Alter, das hast du extra so gemacht, ne? Ja. Ich hasse dich, ey. Okay, äh, unten. Nee, nee, nee. Das war schon richtig. Okay. Geh nach unten. Da. Ja, da. Schattenmaske. Nein, Mann. Ich schreie jetzt so aus, was ich will. Rot, okay. Ähm. Ja, das geht gut. Ja, und dann... Das da... Wieso? Ah, zu schwer, ich weiß. Schattengewandt, ja. Du willst immer so'n Scheiß haben, ne? Immer so'n... Ja, gut. Ist schon alles Schatten, also hier. Ja, Schatten, Emo, Emo-Twit. Okay. Bin ich jetzt ein Ninja, ey? Ja, Ninja. Nur weil ich Asiate bin, hast du das gemacht, ey? Ja, genau. Wie rollt man nochmal? Äh, Kreis? Kreis? Genau, Kreis. Kreis gedrückt ist zu brennen, ne? So, ich hab dir erzählt, ich hab ein Ort entdeckt, wo ich noch nicht war. Also, wo ich noch nicht weiter gegangen bin. Wollen wir mal da hin? Ja, ja. Ey, ist ein Bluttrek, das kann man mal machen. Ja, da ist, wo die Gegend wieder Mario gestoompt. Ach ja, ist es ja hier wie in Demon's Souls. Guck, der ist durch die Gegner da gestoompt. Haha, Snoop, Alter. Oh, 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 oh. Fick dich. Wise in peace. Okay, wohin muss ich? Wieder zurück, wo du hergekommen bist? Was ist eigentlich der Sinn des Spiels? Äh, du musst zwei Glocken läuten, soweit ich das verstanden habe. Einmal ganz oben, da wo du jetzt bist, und einmal ganz unten. Irgendwelche, irgendwas mit Toten. Wozu denn? Irgendwas mit Toten oder sowas, keine Ahnung. Ich hab die Story jetzt wirklich nicht. Oh, der Assi. Oh, tutet der mich? Ja, der ist schon schräg. Du musst also ein bisschen mit System drangehen. Also anvisieren erst mal? Ja, ja, okay. Ah! Oh, Mann. Wie visiert man dann? Ach. Ja, ich weiß nicht. Schlag! Okay, Block. Ja, schlag mich doch nicht, du Arsch. Jetzt! Nein. Ach egal. Ach, so'n Noob. Hä? So schwer war da gar nicht. Ja, ne, doch, aber du hast halt nur deinen... Ja, weil ich ein Profi bin im Spiel. Ich weiß es. Na gut, hier ist nichts mehr. Hier war ich schon mal. Ich dachte, hier wären die Glocken, wärst du gemeint. Nein, die Glocke hab ich schon geläutet hier oben. Nachricht lesen. Pass auf, Schatz. Ja, der hab ich schon, den Schatz. Oh, Mann, Mann. Ja, ist halt so. Gibt's ja nichts mehr zu entdecken, wenn du alles vorher machst. Ja, tut mal, nein, ja. Oh, fuck, jetzt hab ich schon wieder einen Trank getrunken. Du kannst, du kannst wieder auffüllen an dem Lager vorher. Boah, Mann. Hallo, Freund, ey. Es stört dann auch die Aufnahme, der Spaß. Oh, Mann. Egal, komm. Einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Ja, genau. Du und so, ey. Den löschen wir hier. Okay, jetzt rechts abbiegen. Und wieder rechts abbiegen. Ja, genau. Einfach jetzt hier runterlaufen. Okay. Lass mich einfach entdecken, ja? Ja, toll. Ich wollte dir den Ort zeigen. Aber wir haben ja auch nicht ewig Zeit. Ja, okay. Ey, haben wir noch gezählt, wie lang schon die Aufnahme geht? Nein, haben wir nicht. Scheiße. Ach, ist doch egal. 7 Uhr, pipapo. Hier rechts. Umdrehen. Okay, und jetzt einfach den Aufzug hier runter. Oh, eine Nachricht. Wollen wir die lesen? Nein, ist keine Nachricht. Das ist trister. Ist offline-schalter. Nein, rechts meine ich. Nein, nein, nein. Auf dem Boden liegt. Ich bin da, okay. Oh, du hast gerübst, Alter. Tut mir leid. Abkürzung. Pass auf, Abkürzung. Pass auf, Abkürzung, ja. Ja, pass auf. Gefährlich. Abkürzung. Du hast so Angst. Jan, Abkürzung. Liebe. Haha, ohhh, ohhh, ohhh. Ohhh scheiße. Es ist so einlaut, ne? Ja, ich wusste ich! Ich dachte, es wäre so eine Absperrung. Das ist nicht ... Irgendein anderes Spiel, das.... Keine Absperrung. Ich bin nur jetzt, ne ne, ich bin bloß ein bisschen hier nervös, weil ich nicht weiß, wie lang schon die Aufnahme geht. Hm. Hast du wirklich viel Uhr es war, als wir... So ein Viertelnachsatz... Sagen wir, in einer halben Stunde machen wir das. In einer halben Stunde machen wir mal einen Cut. Ja. So, toll, jetzt bist du wieder bezügt der Unto. Okay, jetzt einfach umdrehen. Ne. Aufstehen wieder. Jetzt zieh die Treppe runter. Oder hoch. Ne, hier gibt's nichts, hier ist nur ein Fettsack. Und der labert dich dann zu und... Und dann nehm mal zurück die Treppen. Ja, hoch. Und dann halt wieder den Weg einfach grad aus. Wieso hast du denn dort gespeichert, obwohl ich da eigentlich... Ja, vielleicht weil du ein bisschen laufen sollst, du faule Stück. Oh, ey. Kann ich eigentlich einfach neu laden? Nein, du kannst dann... was? Kann ich nicht neu laden, den Spielstand. Wie meinst du das? Den du gemacht hast da. Das ist doch mein Spielstand hier. Ja, aber den du gemacht hast da an dem Punkt da, wo du... Nein, der muss jetzt nur den Aufzug runter, dann bist du schon da, so gut. Okay. Geh einfach zum Aufzug, Mann, ist doch egal. Ich lass scheiß auf dich. Boah ey, das ist ein cooler Move. Ey, das sind meine Seelen, ne? Ja, genau. Das weiß ich nur von Demon's Souls. Ah fuck, du musst den anderen Aufzug nehmen, der hier ist, weil das ja... Erst nimm den Aufzug runter. Verlorene Energie wieder, Herr Schild. Nein, hinter dir. Doch, ich hab doch die Energie wieder zu bekommen. Achso, okay. Ich konnte da durch, wie so ein Bug halt. Boah. Schon so ein Bugsinn-Deckchen, ne? Okay, dann geh ich mal... Nein, du bist jetzt... Hör, Hunterspringer! Reingelegt. Doch jetzt, aaah! Doch nicht, aaah! Okay, schuld. Das Game ist aber schon ein bisschen scheiße, ey. Warum denn? Keine Ahnung. Warte. Ah. Hast du wenigstens Physik nicht so wie Mafia 2? Fehler beim Schrei. Ja, jetzt muss... Ja, da kann's auch wieder hochgehen, aber... Hier ist auch alles leer geräumt schon. Wieso? Hast du alles erledigt, oder was? Nein, hier ist nur... Da war nur so ein Item, das hab ich halt genommen. Okay. Und zwar da oben nichts. So, jetzt... Das sollte mein Mana... Das ist doch Mana, ne? Ne, das ist, ähm, Sprinten... Äh, Ausdauer, meine ich. Ausdauer, ja. Das oben ist, äh... Das Rote ist halt der, ne? Ja, logischerweise Energie. Ja, der Spaß, der steht da oben. Oh, scheiße! Wollte ihn angreifen? Der soll ich Vierecke drücken? Soll ich ihn jetzt töten? Ne, der steht da oben. Lass ihn doch leben. Okay. Okay, jetzt einfach hier weiter gerade wo aus. Ach, lass mich einfach... Okay, was muss ich machen jetzt? Okay, also jetzt... Um die Handlungen jetzt so fortzuführen. Die Glocke läuten die zweite. Und die ist... Wo ist denn die Glocke? Ich denke mal da, wo ich, ähm, vorhin stehenge... Also wo ich, äh, nicht weitergegangen bin. Weil da sah aus wie ne Kirche. Eines ist ganz oben, die hab ich geläutet, und die andere ganz unten. Und ganz unten... Und, äh, ich bin jetzt grad nicht dabei, die Glocke. Ne, du musst erstmal hier zum, äh, Checkpoint. Und dann kannst du nach... Dann gehst du nach unten. Dann ist hier rechts ein Weg. Und dann gehst du nach unten. Aber erstmal damit du nicht wieder, wenn du stirbst, den ganzen Weg laufen möchtest. So, hab gerastet. Was? Jetzt? Und jetzt hier, ähm... Ne, hinter dir. Rechts. Da. Da ist irgendwo so ein Weg. Hier links da. Ah, hier. Und immer weiterlaufen und dann... Also ich geh jetzt zur Glocke, ne? Ja, du gehst jetzt zur zweiten Glocke, denk ich mal. Ne, der Spasti, der sitzt da rum. Der soll böse sein, aber der kommt mir ganz nett vor eigentlich. Mann, ich red mal mit dir. Oh. Hello. I'm considering a chain of locations. Ich bewege einen. I have a rather pressing matter to attend to. Up above. Das ist der Röse. Sehr gut, aber... Ja, ja, ganz nett der Typ, ne? Ja. Und der macht nichts? Hat er dich getötet? Hallo, der ist schon so mysteriös, Alter. Ja, okay, jetzt hier runter. Du, du ihm was. Reden? Ja, mit was reden? Nein, die kann nicht reden. Ach, da ist... Ach, da ist jemand drin. Ich dachte, du den Tor redest. Ne, Tor reden, ja. Total. Hier runter? Ja, du kannst doch runterspringen, ne? Und jetzt hier langlaufen, dann kommt gleich ein Aufzug. Und dann, ja. Bist du auf dich allein gestellt. Wo sind wir denn hier, ey? Im 20. Jahrhundert, oder was? Warum? Aufzüge! Ja, äh... Das ist ein Demon's Souls. Dark Souls. Okay, ja, hier bist du. Was hast du eigentlich genommen, eigentlich? Was denn? Eine Klasse? Ja. Dieb. Das ist ein scheiß Dieb, ey. Warum Dieb? Was hast du denn gegen Diebe, hä? Okay. Ich glaube, Ghost hat mir schon von dem Ort erzählt. Falls du Ghosts kennst. Ghosts? Nee, sagt mir nichts. Nee, okay. Okay, probieren wir jetzt mal nicht irgendwo runterzufallen und zu sterben oder sowas. Green from New London. Die Namen sagen mir jetzt auch was. Sag mal da hinten. Das sieht aus wie eine Kirche, findest du? Nee, hier, wenn du in die Stadt guckst, das ist da ganz hinten dieses Gebäude. Kann man das so? Nein, ich denke nur, weil ich will eine Glocke läuten und... Ja, du weißt, dass da eine Glocke ist, ne? Deswegen soll ich auch dorthin, ne? Junge, ich war schon an anderen Orten, die auch unten waren und da war keine Glocke. Wow, la, 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 la. Okay. Ey, war nicht meine Schuld. Ich dachte, es wäre ein Weg. Es war zu dunkel hier. Okay. Na gut, kann ja mal passieren, oder? Man, man, eine Zicke, ey. Du bist eine Zicke. Oh, die müssen jetzt mal reinkommen. Und provier's doch mal, oder? Die müssen jetzt auch reinkommen. Äh, gehen. Okay, okay, gut. Ich sammle dann wieder meine Dinger ein und guck's mal, ob da irgendwo ein Weg ist. Oh, 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 oh. Nein! Du Aschloch. Ey, sorry, Alter. Meine Seele. Das war eigentlich der richtige Spielstand. Ich hab's genau gesehen, als die SIE gestartet haben. Hallo? Das war einmal einer der Level 5er oder sowas und dann der, der irgendwie Level 30 war. Ich denke mal schon, dass das mein richtiger Spielstand ist. Ist das dein richtiger Spielstand? Das ist mein richtiger Spielstand. Na, spielst du gerade den? Ja, ich hole doch nicht so ein scheiß Ninja-Costum auf den Spielstand, den ich gar nicht spiele. Sorry, tut mir leid. Das hab ich dazu gewichst. Was ist das? Ja doch, das sind meine Seelen, ich hab aber sowieso keine, also... Wayne? Ja, aber komm jetzt, ich glaub, die Leute wollen nicht sehen, wie du die ganze Zeit stirbst. Ja, ja. Aber das ist doch das Spiel des Spiels. Ja, aber auch mal ein, zwei Gegner besiegen, was ist das? Pass auf, Glück. Glück. Vielleicht runterspringen, wenn du den Glück haben und dann... Nein, nein, nein. Glück haben, auf einer Insel zu landen, ja, so soll's aussehen. Du hast ja auch so Dinger, wo du gucken kannst, ob du stirbst oder runterfällst. Oh, ich hab hier nen Trank genommen, Alter. Ich nehm immer nen Trank, toll. Wieso? Wechsel mal das Item. Mit unten. Nein, spring runter! Na, jetzt ist's schon zu spät, denke ich mal. Scheiße. Okay, ist zu spät. Na komm, gehen wir in einen anderen Weg, Mann. Ja. Na komm, noch einen Versuch. Okay, aber jetzt ein bisschen... Ja, 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 aber ich mach schon ein bisschen Journalismus. Ja? Journalismus. Ich entdecke hier. Ja, sterben, toll. Wie man... Ich glaub, noch keiner ist da durch den scheiß Aufzug gestorben, ne? Du bist jetzt der erste Mensch. Ey, das ist zu weit weg. Ja, tut mir leid. Na gut, schlechter wie Wolf bist du halt... Ja, du bist so gut wie Wolf gerade mal bei Demon's Souls. Oh, oh! Wie bei Dark Souls. Ne, bei Demon's Souls, genau. Na gut, wenigstens tut's so keinen Zauberstab, nehm, du schlägst auf irgendwelche Endgegner ein. Haha. Wolf schlägt auf Endgegner mit Zauberstab. Das hätt's doch da liegen lassen können, ne? Das ist friedlich. So gar nicht... Oh nein! Nein! Nein, der Aufzug ist nicht wiederhoben. Ach... Ja, hättest du mir vorher sagen sollen! So ist es doch nicht, Mann! Ich bin normalerweise... Okay, jetzt glaub ich kann's da nicht mehr runter. Du musst jetzt glaub ich einen anderen Weg finden, da runterzukommen. Wo ist das Spiel denn, Alter? Es ist schwer! Ey, da würd ich lieber mein Call of Duty spielen hier, ey! Nein, okay. Doch, Richo, ich... Ich möcht gern mal noch mal was rein. Okay, geh mal hier hinten den Weg lang. Durch... Gehen wir den... Die Treppe, sozusagen. Die hier nach oben? Ja, nach oben. Ich denk mal, das ist die Treppe, weil's da auch nach unten geht, bald. Jetzt kommen wieder ein paar Gegner... Vergiss nicht! Locken ist dein Freund! Boah! Fuck you, fuck you, fuck you! Nein! Oh! Ich drücke mal 4, ey! Mit der 1! Ey, wenn ich die... Spassi jetzt fertig... Anvisieren, killt oder was? Ja, anvisieren, nicht vergessen. Brauch ich doch nicht bei nur einem. Gut. Ja, der... Gut, okay. Kannst du auch killen. Das ist der Typ. Irgendwie so ein Spassi. Wow, da ist ein Feuer! Nein, der über dir wirft Feuerflaschen. Ach so! Ja, tut mir leid. Nicht zu dir! Ja! Oh, fuck you! Da ist der Feuer! Woah! Okay, gut, der ist tot! Und jetzt... Ah! Nein, nein, nein! Schlag! Nein, jetzt kommt noch der! Schlag! Schlag! Nee, nee! Ha, ha, ha! Ich hab viel! Jetzt ringe ich einen Schluck! So! So! Und dann rechts! Ach, gut, die falle ich nicht mehr! Du kannst einfach rennen jetzt! So bald kommst halt an den Ort, wo meine Alpträume stattfinden! Wo denn? Siehst du, das sieht wirklich aus wie so ein Alptraum, ne? Wo der ganze Dreck der Gesellschaft landet, Mann! Promis? Ja, ja, kann man sagen, so B-Promi-Land! Ja, das ist so ein Spasti! Pass auf! Kaufmann! Wie Kaufmann ist das aufpassen? Pass auf! Ich starte da unten! Nee, das nicht! Jetzt musst du nach unten! Das ist jetzt nur halt der Weg dahin! Na ja! Ach! Der ist ja kein Schild! Das stimmt ja schon! Der hat nun halt nur Bogen! Keine Ahnung, was der hier soll, ne? Kein, kein Tür! Ah, ist untergefallen! Ey, toll! Hättest du ihn nehmen können, begraben können oder verbrennen? Kommt drauf an, welche Religion er ist! Die Ursachen beladen! Ach, halt dein Maul, Alter! Ey, er kommt! Mann, er kommt! Oh, man dokumentiert es ja noch etwa... Nee, ja, hier durch die Tür! Sieht mal gar nicht so schlimm aus bis jetzt, oder? Ja! Aber wir sind noch an der Oberfl- Wir kratzen grad an der Oberfläche! Hä? Sind wir jetzt unter Wasser? Nee, wir sind noch nicht unter Wasser! Ja, okay! Okay, ähm, ja, hier sind nur spaßlich... Da müssen die Meere spießen! Adam! Fuck you! Fuck you, dog! Fick dich! Scheiße! Ich sterbe! Shit! Schild! Du musst mir ja den Schild hochhalten! Und anvisieren! Alter! Ich halte doch nicht so oft mein Schild hoch wie du, Alter! Ja, du musst du aber... Wir sehen ja gerade, was passiert, wenn man den Schild nicht hochhält! Was denn? Das ist schon ein Kitschum! Hm? So, Leute, sollte man nicht Dark Souls spielen! Halt deinen Baul, Alter! Warum machst du das? Scheiße! Du bist so weit weg, ey! Ja, weil du... Weil du nicht am Spawnpunkt, ey! Ja, zum Beispiel, das Spiel ist halt jetzt kein... Speichert das automatisch oder kann man sich selbst hier einen Speicherpunkt machen? Nee, du musst zu diesen Speicherpunkten da! Zu diesen Leuchtfeuern! Toll! Anvisieren! Lern mal anvisieren, bitte! Aber wozu? Lern mal anvisieren, einfach! Okay, das wird dir nachher mal helfen! Ja, aber doch nicht bei so nem kleinen Fuzzi, wenn's... Oh ja, und später, wenn da zwei von denen kommen und ich kenne dich schon von diesen Spastis! Wir haben es ja letztes gesehen! Ah, toll! Jetzt den da! Wollt noch grad aus! Ja... Lecker! Wieso lecker? Das war ironisch gemeint, aber... Ach ja! Ich spiele jetzt nicht! Und was gibt's Neues? Hm... Eigentlich nichts, oder? Den frisst du! Mit dir? Hä? Hä? Alter, dein Maulleiter! Jetzt... Statt der unten... Gut, okay, jetzt wieder nach unten... Komm, wieder der schwächste Gegner im ganzen Spiel, denk ich mal, ne? Ja, er schielt, alter! Junge! Oh, Mann, ey! Wie schwul! Du bist schon so fünf Minuten vorbeigelaufen, ey! Schießt! Der Maul! So, jetzt kannst du dich mal gegen... Willst du mal ein bisschen üben? Hier rechts sind ein paar Typen, die sind ein bisschen härter. Nö... Na gut, okay. Aber jetzt tun bitte an, wie sie ihn ein Schild hochhalten, okay? Ja, ja! Spritzt nicht gleich ab, alter! Oh, ich hitt meine Dinger wieder! Verlaufen, ist gut! Ach, f*** dich. Einfach wenn du sie geschlägt. Okay. Nimm mal einen Schluck von deinem... Ja, ja. Du musst nicht gleich runterholen, ey. Halte dein Maul. Okay. Nein. Nee, Mann, ich meine... Pass auf, nicht reinrennen sofort. Oh, sorry. Fuck you. Oh, zurück, Rückzug antreten, Rückzug antreten. Und geh zur Treppe und trink was, trink was, trink was. Hä? Trink was. Ach so. Okay. Schild vorhalten. F*** dich, f*** dich. Okay, trink was. Okay, gut. So schwer ist das Spiel zu machen? Ja. Nur, dass du gerade die ganze Zeit stirbst. Immer warten, wenn die ohne Schilde, musst du immer warten, musst du die schlagen. Das ist ganz einfach. Okay, jetzt hier rechts runterspringen. Hä? Hier? Ja, runterspringen. So. Und dann hier. Wäre ich gestorben, ey. Ich hätte dir so eine reingehauen. Mach die Tür zum Besten. Und tschüss. Und tschüss. Ey. Okay, jetzt musst du aufpassen. Also lauf geradeaus jetzt noch nicht. Vorher kommt, vor dir kommt ein Feind gleich. Halt den Schildschirm nach. Jetzt schau drauf. So. Jetzt, wenn du gleich vorne rechts gehst, musst du durchrennen. Ja, durchrennen ist die beste. Durchrennen. Renn durch. Wow. Trink L1, L1, L1. L1, L1. Okay, geh mit dem Rückzug antreten bis hin. Und trink was. Ich soll vor mir sagen sollen, dass da was runterkommt, ey. Und jetzt den Spassi da vorne schnell killen, die diese Wichser einfach mal ausweichen. Der Spassi da vorne ist eigentlich das Problem. So, und da vorne ist ein Checkpoint. Checkpoint Charlie. So, aber wir sind noch nicht in der Pomi-Welt, ne? Wie du es so schön genannt hast. So, okay, jetzt kannst du da aufstehen. Ach so, der Typ ist wieder respawned, ne? Welcher? Den du eben gekillt hast. Alle sind respawned. Ach so, ja, ich verstehe das schon. Äh. Ja, wieder zurück einfach. Na. Oh, nee. Jetzt hier, hier. Nee, 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 ich da hin. Da fällt ja was runter. Ja. Das ist alles Gute, kommt nach oben, ne? Oh, fuck, yo, ich wollte eigentlich hier angreifen, nur wieder. Okay, ja, jetzt hier runter. Ich stricke, aber scheiß, ich bin hier. Hier? Ja. Oh, ich wusste es. Und dann die nächste, ja, hier rechts. Ey, allein findet man hier gar nichts zurecht, ey. Wie gesagt, keine Ahnung, was es ist, ey. Milch, die, nee, Sahne, die schon auf den Tisch vergammelt, ey. Oder sowas. Nee, Wichse, Alter. Oh, nee. Wo jemand, wo andere, wo jemand die Wichsfläche nicht getroffen hat. Nee, Sahne, Sahne ist, redest du da. Verzweiflung, nachrichtler spielen? Nee, nee. Hast du das gemacht? Echt jetzt? Ja. Verzweiflung? Ja, Verzweiflung. Ja, nicht, ja, runter. Oh, die Farbe hat sich auf das Gelände geändert. Ja, ich dachte, oh, nicht, da will ich nicht zugrunde fallen, sonst muss ich wieder davon, dahin ist es leiser. Ja, ich sehe dich ja schon, ey. Okay, okay, ich bin jetzt leiser. Nutze. Schlampe. Nutze ist schlimmer. Äh, nein, Nutze nehmen wir jetzt ins Geld, Schlampe macht so. Ach, dein Moin, das ist, äh, Moin, ich bin jetzt total, ja. Kreisantippen, dann kannst du rutschen. Achtung, vor die Gifts, hast du das gemacht? Weil du der Einzige hier bist, ahhh. Ja, ich bin schon so zu zweifeln, ey. Okay, Tati, jetzt kommst du in die Promi-Welt. Hast du Angst, oder Promi-Welt? Nö, ey, total gar nicht. Hm, okay. Ich glaube, gleich kommt Dieter von Tee, so wie die Schampe heißt, und sagt mal hallo. Räschel. Ach, ich, die stoßen in den Rücken. Runter mit dir. Pass auf, Deiner. Oh, das ist einfach erledigt. Ja, aber, oh, er hat was fallen gelassen. Ne. Klar. Jauche-Küchlein. Der Herr Jauch war hier. Ne. Schandstadt. Ja, ich weiß, eigentlich möchte ich diesen Ort lieben, ne, aber ich hasse ihn. Was? So, so, so sieht der Ort aus, oder was? Ne, du bist ja noch, du bist ja noch in dem Vorraum. Gleich kommst du ins Zentrum. Okay. Ah, Alter. Wichs, mir nicht ins Gesicht. Äh, nicht trinken, wenn du ganz nah am Feind bist. Nein. Ist das so knapp, Alter. Okay, komm, hau rein. Okay, ja. Und jetzt nochmal einen Schluck aus der Flasche. Das könnte Alkohol sein. Was hat der? Riesenkeule. Boah, die hab ich noch nie gekriegt. Tja. Was war das denn? Alter, war das dein PS3? Ja, ist auch egal. Mach die öfters. Ja, 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 ja. Okay, wenn du an seinen Rücken kommst, ist gut. Ja, komm ich jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. An seinen Rücken. Einmal antippen. Wenn du an seinen Rücken kommst, einfach noch. Läuft doch ganz gut bis jetzt, oder? Oh, da. Oh, fick dich, Alter. Na, kommt ein anderer Spassi. Oh, nein, geh zurück. Nein, wieso, fuck. Nein. Alter. Ist das so ein schwuler, krasser Schild, ey. Ja, wenn die diese Attacke machen, wo die so sich anfauchen, diese Dicks, dann, ja. Oh, mein Bauch tut weh. Was soll ich jetzt machen? Streicheln. Fick dich. So. Und auf geht sie dahin. Ich hasse dich. Nach Schandstadt. Mann. Ja, das hat mich ein bisschen genervt. In Schandstadt habe ich auch noch einen Checkpoint, aber. Sind die 45 Minuten jetzt nun vorbei. Ey, sagst du es gegen Schandstadt? Ja, ich mag Geräusche. Boah. 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 Das war so klar, ne? Boah. 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 Mhhm. Aaaaah. Na komm. Komm, auf nach Scharnstadt. Boah, da kann man einfach rüberspringen, ja? Guck. Oh, guck mal, Rathen süß, oder? Nö. Du bist ja gar nicht tierlieb, ne? Ja und? Ich ess die lieber auf. Ach so, ihr esst ja den Scheiß. Ich hab dich nur reingelegt. Du hast nicht so runtergefallen. Ich hab dich aber nur reingelegt. Das Ding hat jetzt nicht aufgenommen, die ganze Zeit. So. So, jetzt kommt wieder Fat Albert. Jo, jo, jo. Ne, warte. Hey, hey, hey. Grüß dich. Das ist ein Christmas Day. Ich hab ja schon viel Pudding gegessen. Alter, ich hab keinen roten Pullover an. Aaaaah. Boah. Ey, da haben wir die Schuld, Alter. Ja gut, du darfst nicht sein, aber da attacken. Du musst irgendwo sein, wo es halt nicht runter geht. Ja, okay, okay. Weißt du jetzt, mein Sohn, oder? Ja? Ich wick's gleich in den Gesicht, Junge. Ey, was denn? Hä? Hä? Das sagst du die ganze Zeit. Du so, ey, was, was? Was, was? Was lauerst du denn da? Ja, ja. Was? Haha. Na, den Weg hättest du jetzt schon auswendig bestimmt. Nein, bestimmt nicht. Ja. Boah, weißt du das? So oft bin ich gar nicht gestorben. Ja, nur fünfmal. Gar nicht. Sehen wir ja nachher. Ja, ja, ja. Ich glaub so. Du wirst vom Standardgegner getötet. Na wohl, okay. Am Anfang wird jeder vom Standardgegner getötet, aber ab Level 30. Ich wüsste gar nicht Level 30. Natürlich nicht Level 30. Was? Ja, ich hab gar nichts gehört. Ich hab gar nichts gehört. Ich hab nichts gehört. Ist der Typ überhaupt? Der ist ein Verkäufer. Beim Nexus und Demon's Souls kann man die Leute wenigstens töten. Wie kann man den auch, den kannst du auch töten. Oh. Eigentlich kann ich ja nicht anvisieren. Anvisieren. Naja, bei Demon's Souls kann man auch nicht anvisieren. Fick dich. Wie machen die das so leicht? Keine Ahnung. Ich bin noch nie in die Leiter runtergerutscht. Ich fang. Toll. Jetzt fragst du dich sicherlich, warum ich das gefragt hab. Ah, hier bin ich gestorben. Oh. 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 Gott sei Dank. Fick dich alter. Nimm einen Schluck von diesem Estus-Flakon. Estus-Flakon? Tut ihre Gesundheit ein? Kann ich mal da runter springen? Nein. Nein. Das kannst du auch machen. Aber ich würde lieber diesen Weg nehmen. Ah. Einfach immer nach hinten ausweichen. Fuck. Nein. Boah. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Nochmal. Nochmal einen Schluck. Oh Gott. Gut. Okay jetzt. Oh jetzt hinten an seinem Rücken. Einmal antippen. Das geht irgendwie kaum. Du hast ganz oft gedrückt. Einmal antippen. Nur. Ja. Okay man. Einmal so. Aber du musst richtig das Wunscheln. Alter du kannst schon ja auch einen Küchleinladen aufmachen ne? Yeah. Okay jetzt. Du redest nur noch einen Nachschutz bekommen. Doch geh ein bisschen weiter nach hinten. Weil da vorne sind Gegner sind. Okay jetzt hinten an seinem Rücken. Einmal antippen. Ah fuck. Und du darfst dich auch nicht bewegen. Einfach antippen. Jetzt. Ne. Tu ich ja. Ich kann sie nicht aufschlagen. Oh. Oh. Fick dich. Alter. Jetzt. 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 Alter. Yeah. Total den Arsch. Alter. Ja. Er ist nicht tot. Oh fuck you. Ich wollte schon einen Siegesschluck nehmen. Und jetzt noch einmal. Der ist gleich hin. Noch einmal. So bam. So ein Schwächling. Hab ich ihn gefickt. Alter. Nochmal ja auch ein Küchlein. Jetzt kommen andere Spastis. Der Typ. Der Typ. Okay warte. Tu Schild vor machen. Schild. Ich guck ihn an. Schild vor. Okay. Schlag ihn. Schlag ihn. Schnell. Viermal drauf. Einfach drauf. Oh jetzt. Der andere will zuschnappen. Okay gut. Du hast ihn noch abgewehrt. Okay. Oh. Oh. Oh man. Jetzt kommt die ganze Gang. Mann ey. Scheiße. Soll ich die denn? Töte den erstmal. Jetzt. Jetzt. Trau drauf. Oh. 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 Gott. Du musst erstmal den einen. Nein. Nein. Scheiße. So knapp aber auch so fern. So nah aber auch so fern. Am Ziel. Tick dich alter. Tick dich. Ach gut. Mit diesen dicken kannst du schon mal umgehen. Aber diese anderen Spassies kommen in so einer Gang immer. Wie eine gewisse. Ja. Was wollte ich jetzt sagen. Wie eine gewisse. 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 Bevölkerungsgruppe kommen die immer zu. Mit mehreren Mann. Alleine sind die kein Problem. Wen meinst du jetzt eigentlich. Äh. Welche Bevölkerungsgruppe meinst du jetzt eigentlich. Weiß ich. Besonders hier in Deutschland. Ja. Ja. Eigentlich in Deutschland. Im Heimatland eigentlich nicht. Das ist nie nett. Aber hier. Ja sag doch einfach ganz laut alter. Wem meinst du. Diapana. Hallo. Wie meinst du denn jetzt. Ey. Jetzt lauermann. Also ich glaub. Kontext alter. Ich glaub Leute die sich das ansehen. Egal wie krank die sind. Die haben ein bisschen Gehirn. Die könnten das ja. Das ist ein Rätsel okay. Das ist ein Rätsel. Mal gucken ob die Leute. Ja okay. Dann musst du das Rätsel nochmal erläutern. Also. Welche. Oh fuck. Ja. Ja. Also welcher Bevölkerungsgruppe ähneln diese Dinger. Alleine kein Problem. Aber zuviel. Äh. Ja. Ein gewisses Maß an Problem. Zu dritt. Oder zu viert. Vielleicht auch manchmal zu fünft. An welchem Ort. Äh. Was meinst du an welchem Ort. Jetzt hier hinten. An Bahnhöfen natürlich. An Bahnhöfen. Oder. Bahnhöfen. Ach. Fick dich. Oder anderen Bahnhöfen. Ach. Mit diesem Rätsel wollen wir jetzt nun abschließen und ciao. Schau. Warum. Warum. Weil jetzt wenn die Aufnahme vorbei ist. Alter. Nehme doch ein bisschen auf. Nein. Jetzt bin ich schon gestorben. Alter. Das wolltest du perfekt machen jetzt. Okay. 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 Gut. Das ist unsere erste Folge. Das machen wir jetzt als nächstes. Ja. Dead Island. Ja. Okay. Dann bis Dead Island Leute. Tschüss. Ciao. Hoffen es hat euch gefallen. Ja. Obwohl es ein bisschen unbeholfen war an manchen Stellen. Fick dich. Fick du dich doch. Okay. Da ist aus du. Achso. Doch nicht hier an meinem Schwanz du. Jetzt doch. Untertitelung im Auftrag des WDREN. Mann 2017 heißt будемpersap Salv. Bis zum nächsten Mal. Bes creatures. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020